Der Verein Planet Musical findet, dass diese Leidensgeschichte ja nicht nur vor 2000 Jahren passiert ist, sondern eigentlich jeden Tag aufs Neue passiert. Sprich, wenn man die Zeitung aufschlagt oder wenn man ins Fernsehen schaut, Nachrichten schaut, findet man ganz grausame Dinge, die auf der Welt passieren. Und somit kann man eigentlich feststellen, dass die Leidensgeschichte Jesu jeden Tag aufs Neue passiert. attribute der Leidensgeschichte aus Objektiviek von Bedeutung www.bedeutung.in rebellische Bedeutung Beher obstetlicht Du eröffnen Heimat Damit Also die Passion des Vereins Planet Music ist eine multimediale Auseinandersetzung mit der Leidensgeschichte Christi. Wir haben nach Bildern gesucht, nach zeitgemäßen Bildern, wie kann man die Leidensgeschichte heute erzählen, mit Bildern von heute. Es kommen sowohl Musicals vor, also zum Beispiel aus Jesus Christ Superstar haben wir einiges oder Godspell oder aus dem Disney-Film der Glöckner von Notre Dame oder auch über Popgrößen wie Prince oder Neil Diamond. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018